und bei uns gesehen und ohne team ist es auch ziemlich schwierig weil hier sind bestimmt aber zu schaffen ich fall diesmal als erster ich fall diesmal wieder als erster ich bin über euch jungs ihr habt ihr schwert direkt mal um die ihr schwert und jetzt die es wert ihr brustplattenpanzer jetzt wäre geil wenn ich eine nuke gleich bekomme juks sind teiler wenn er die einsetzt sind alle leute nach fünf minuten und kann man halt nur deaktivieren wenn man mich küll dir ja die hose kommt schon noch ein bisschen besseres zack und bogen und pfeile kommt schon irgendwas noch nein nicht durchfallen gibt mir was ich bin irgendwie schlecht ich krieg nix mehr ich krieg einfach nichts mehr das spiel ist auch noch immer also kann es ab und zu mal verpackt sein dass man nichts bekommt und das mit den lex ich weiß echt nicht was los ist ich hab nur ein paar tier sachen sonst ich habe ich zum raufholen kippmann ich habe fulle kippmann und irgendwie ich habe leider 16 pfeile aber ich habe wohl hast du vielleicht auch noch sachen zum verzaubern ich habe ein eisenschwert eisenbrustpanzer und eisenhose wir lassen ins nether biome rein ins nether ok ich hoffe ich glaubte jetzt richtig ja irgendwas nether ist in der mitte ist so ein ding in der mitte wo du kackst dir gerade richtig ab bei mir ja nicht gut bei mir auch ein bisschen ich komme ich komme neben dir geht wieder oder alles geht bei mir es war irgendwie übelst krass viel einfach und er war am anfang hattest du bei mir auch gerade müssen wo ist hier ein kessel ich brauche jetzt hinter dir hinter dir oder vor dir hinter da hinter dir hinter dir passen schwer hinter dir steht eine ja habe ich wieso wird es mein kessel oder hast du das ist ein team ich habe mit dem team machen nein 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 ich warte ich sage ich schreibe ja und dann töten wir ihn nein das ist fies auch kannst du nicht bringen hast du noch irgendwas zum verkaufen hier das ist sicher den töten wir hätten wir was gehen und ich habe wieder so energie dinger ich habe toxis bottles okay werft ihn direkt ab soll ich ja aber weg von der lava ist gefährlich alter ich wurde reingeschloss reingeschoben geschossen weg hier weg hier weg ich habe sie vergiftet ich muss flüchten was ich bedroht was ich bin schon tot heute sind irgendwie zu starken leute online wenig starke diese der unerfahren und du lebst noch nice das gewonnen pass auf pass auf hinter dir sind zwei hinter diese zwei nein 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 scheiße wie viele sind da auf dich los junge junge hier geht es rund wie sau nice dash in lava ich wollte mir so ein bisschen warm oh richtig nice also richtig nice dash gerade von dem einen also richtig richtig da ist also rückstoß ist anscheinend recht nützlich hier in diese lava map kann man schon die lava rein bashen da ist schon wieder einer da ist schon wieder einer und der ist eindeutig down er ist durchgedasht worden viele von der einen er die durchgeschossen Prozent Prozent und Tieter und Kraken Prozent Interessant Interessant oops recht hoch über den er oder wurde direkt in die Lunge schossen da ist auch eine Frage da und das war klar das war ziemlich klar zu sehen teuer und sich hat es gut ich habe ganze Tag er abgeballert also eben habe ich eingegelt ich würde sagen eingehen probieren wir noch einmal einen eher ein Glück etwa versuchen wir noch dann einmal müssen wir noch gewöhnen dann dann muss es sein das ist jetzt den neuen ich habe schon drauf geklickt er hat erlte ich schlack den ganzen schon drauf er merkt nicht ich kann ich klicken ich kann ich klicken ach scheiße ich hab schon geklickt wir müssen auch mal hangar game aufnehmen unbedingt hangar game das wird also es wird von uns bestimmt noch ein bisschen mehr kommt uns beiden hangar game vielleicht noch ein paar andere geile exotische games weil sowas wie vorliegen da ist schon richtig geil muss sagen ich weiß wir haben wir haben 15 spieler es gehen um 14 rein müssen mich verarschen als vip kann man glaube ich jetzt müssen wir gleich richtig zusammenhalten immer da gewinnen das geht so in die hose ich ich habe das erste schwert ist das erste schwert dann jeder panzer eisenschwert nein ich wurde angestuft sind die ihr brust patzer die ihr brust patzer oh bitches ich muss ich erst mal gleich an außen weil er mich angestuft ich krieg nichts mehr ich krieg nichts mehr ich krieg nichts mehr ich krieg nichts mehr sorry erst mal dass der kleine pickel mich gerade ich krieg nichts mehr ich krieg nichts mehr ich krieg nichts mehr ich krieg gar nichts mehr wirst mich verarschen es ist so gut gelaufen und dann krieg ich auch grad nichts nichts ey du wirst mich verarschen wir sind gleich durch ja toll ja toll ich hab Eisenschuhe, Diabuspatze und Kettenhelme wunderbar äh kein schwert? ne Eisenschwert aber ich hab nen Bogen mit Pfeile das ist schon mal wenigstens etwas ich werd dann wenigstens den Bogen verzaubern und das Eisenschwert äh ich denk wir vercampen uns meinem Haus oh bitches irgendwo hin ey Sophie lass erst mal nen Kessel suchen bist du? ich habe Enchanting Table nen Kessel gefunden unten im Haus? ja komm in den Keller aller ach scheiße falsches Bottles sticky magic hast du noch eine Sache irgendwie? ja hier ja hier nimm ich hab wieder sonst Toxys Bottles ey mit dem kann ich eh nicht umgehen ich speise mich mal so vielleicht noch eine einzige Sache ja ja hab ich noch und boah der TNT alter der hat richtig viel TNT hier reingeschmissen der eine und da kommt der nächste oh fucker wollen wir hier drin bleiben und uns mit dem battle einfach voll drauf oder laufen ne lass uns laufen lass laufen lass laufen komm 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 raus hier warte nein warte warte ich wirfte gleich zusammen ein Toxic Bottle rein dann sind die alle vergiftet ich mach auch eine rein ja oder ich ich halte die Snow Bomb bereit und wenn jemand hochkommt schießt äh ganze Snow Bomb ok ja 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 oder ich mach erstmal Verlangsamung versteck's versteck's ok halt dich bereit 10 Sekunden halt dich bereit auf den halt Abstand hinter dir hinter dir ja ich weiß werf ihn ab und los oh scheiße oh scheiße ich hab sie reingeworfen sie sind alle vergiftet und wenn ich habe keine Sicht ich habe keine oh bitteschön raus hier raus hier oh ich bin schon tot ich bin schon tot ach die Schande wenigstisch ich hab die alle verlangsamt wow scheiße ich bin am wegrennen 10 von 15 leben noch hinter mir ist einer der renn 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 hinter dir ist keiner die folgt keiner das ist der einzigste ja das ist der einzigste hinter dir ist keiner sonst Achtung Achtung Haus 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 er ist einer ins Haus ins Haus ich hab's gesehen ne da ist einer dran er ist auf dem Dach aber der hat fast nix tötet ihn das bringt bloß Achtung hier ist noch der eine Typ mit dem ah ne lol oh 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 hier geht's zu hier geht's zu Bucket und oh oh Bucket und äh was das kämpfen grad hier epic oh 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 mit Eisenschwert verkloppt er grad ein mit dir russen und so oh 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 epic oh was hat schon was hat komm du schaffst es Bucket du schaffst es Bucket ist er down nein ist er noch nicht komm schon Bucket du schaffst es ich renn grad die ganze Zeit weg ey komm schon Bucket hau rein gewinn 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 du schaffst es komm hast du kein Pfeil kein Bogen und die Sonne blende wie heftig komm schon Bucket komm schon Bucket ich bin gleich tot Bucket das gibt's nicht ich hab einen gekillt 12 HP hat der der 12 HP Bucket Junge Bucket 10 HP Bucket mach hast du keine irgendwelche Potions jetzt rauf rauf 4 nice Bucket win Bucket win 1 1 schwert face dir dir ist dauert weggelaufen oh mein Gott epic battle einleitig epic battle ich bin ich hab auch grad noch eingekillt wo bist du ich seh ich da bist du nicht ja ich seh dich ich bin hinter dir ich weiß nicht ob du mich sehen kannst bin da vorne da der 9 der 9 rauf da also hinter dir ein Gifttrak der ist fast tot der ist fast tot der 5 HP 5 HP soll ich mal betteln der Rico der Rico der hat äh 13 13 wow fuck wow du hackst fest scheiße schieß schieß was zöcke nice hast ihn du hast ihn gekillt oder ah schade 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 aber nice nice wirklich nice muss ich sagen also hier spielen wirklich manchen wirklich nicht wirklich richtig nice muss ich wirklich zugeben es sind zwar wirklich dauerhaft Loser von nur zwei wir echt voll die Loser sind weil wir hier Falling Down das zweite Mal spielen hier so instant wir spielen nämlich nie Falling Down und ich muss sagen wenn ich mir diese Spiele anschaue unglaublich wie sie battlen was die für Zeugs rein geben und dieser Bucket der Bucket ist so unglaublich der hat ein Eisenschwert ein Eisenschwert und und hier alles und kühlt hey Bucket komm schon du schaffst ihn noch der hat ihr Schwert und alles drum dran Bucket HD komm schon Bucket komm schon der hat noch 10 HP Bucket hast du keinen Bogen Bucket der hat nur ein Eisenschwert nicht dein Herz oder komm schon Bucket 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 komm schon Bucket oh Bucket oh Bucket Bucket nice Bucket hinter dem Bucket hinter dem Bucket hinter dem Bucket hinter dem Bucket der 20 HP der 20 HP der Full HP Bucket hat auch Full HP ich weiß nicht was hat der für Zeug der Bogen ey ich bin von äh dem Typen die Schüsse am Blocken da rein fliegt wenn die geblockt ja äh unmöglich aber der hat einen Bogen der hat einen Bogen der mit den 20 HP also erstmal Vorteil wieder und Bucket hey Bucket der rollt hier auf der hat ein Eisenschwert und so und macht die ich glaub gegen den verkackte oder ich weiß nicht der hat vorhin auch alle mit Eisenschwert voll fertig gemacht der hat auch nur ein Eisenschwert sehe ich grad und ne Bogen ich weiß wo wir uns hin Bucket Bucket geht zum Angriff über Bucket oh Bucket greift an Bucket greift an Bucket da sind sie oh im Wasser oh Bucket fail Bucket oh Leck ich war mittendrin ich war mittendrin Go Bucket Go Bucket für die Aufnahme oh komm schon Bucket ich will das Bucket gewinnt boah ich hab die Schneeball gekriegt ich hab die Schneeball gekriegt ich hab die Schneeball gekriegt Bucket nein oh schade Bucket oh ja ja aber hey ich muss sagen Bucket der der Typ der hat alles weggelegt alter der Wahnsinn da oben seht da oben seht ihr grad auch mal hier die IP ja willkommen im Server ihr müsst hinten nur ein com dranhängen aber ob hier punkt oder ja ich denke mal wir werden die IP einhängen und wir werden definitiv jetzt so ein bisschen hier so zocken so äh äh offscreen weil müssen üben man merkt oder dass wir fürs nächste mal gewappnet sind oder ja schon ne mhm ok dann würde ich sagen ich überlasse dir die restliche Rede des Verabschiedungs ok ja äh war ein recht guter Part außer dass wir so oft verloren haben hehehe und ich würde dann mit hey verlieren verliere sind keine unbedingt verliere wir haben auch gewonnen wir haben Spaß gehabt dabei andere zuzuschauen und es war wirklich nice battles also ich muss sagen bucket der 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 junge der talent er ist fahrer pvp aber übel der hat keinen bogen kein gar nichts und hat übelst weggerockt ja ich war eher so am ende g äh für bucket ich war immer für bucket weil er wirklich weggerockt alles mögliche wirklich nice jo dann jo dann was ist das das war's für diese Aufnahme wir sehen uns beim nächsten mal und ja ich würde sagen die hauen reingeschauen das war's für mich ich würde sagen die hauen reinges die hauen reinges zu das war's für mich